Du kennst genau das Gefühl, wenn diese wunderschöne Frau an dir vorbeiläuft, in ihrem floralen Sommerkleid, mit den Haaren, die im Winde wehen, und du siehst sie und in dir kommt einfach nur ein Gefühl des Staunens hervor. Da kommen nicht mal richtig Worte aus dir heraus, weil du einfach nur dastehst und sie beobachtest und denkst, wow. In diesen Momenten fängt das erste Kapitel einer romantischen Geschichte an. Jetzt bist du gefragt. Und wie diese Geschichte weiter ausgeht, ob sie an dir vorbeigeht und sie dich vielleicht kurz anschaut, du sie anschaust und ihr beide dann einfach aneinander weiter zieht. Oder ob du mit ihr redest, sie zum Lachen bringst, mit ihr auf ein spontanes Date gehst, sie an die Hand nimmst, sie küsst und ein paar Abende später bei ihr zu Hause mit ihr gemeinsam einschläfst. Das ist eine Frage deines Ansatzes, deines Vertrauens auf eine Philosophie, die noch nie tot war, erst recht nicht heute und vor allem durch dich leben kann. Das ist Romantik. Und ich werde dir in dieser Folge genau sagen, wieso Romantik auf gar keinen Fall tot ist und wieso du in der Vergangenheit leider kein Glück hattest, aber wie du es ab heute besser machen kannst. Und das Ganze ist wunderschön. Das Ganze ist mit Leichtigkeit und Spaß und Genießen zu betrachten. Deswegen bitte lehn dich zurück. Hör dir die Storys an, die ich dir gleich mitgebe, Beispiele. Ich werde dir einen konkreten Leitfaden geben. Du wirst alles erfahren, wieso Romantik lebt und wie du eine romantische Story mit einer Frau schreiben kannst. Und das Ganze richtig, richtig schön sich anhören wird in deinem Buch des Lebens. Herzlich willkommen im Freundinnen finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen kennenzulernen und zu erobern, wie du wirklich willst. Ich möchte dich nicht mehr auf die Folter spannen, mein Lieber. Das ist eine richtig tolle Folge. Hör sie dir an. Ich freue mich drauf. Romantik ist am Leben und du kannst sie schreiben. Los geht's. Weißt du, du fragst dich vielleicht, woher nimmt dieser Typ sein Selbstvertrauen? Ich bin kein Model. Ich sehe nicht überdurchschnittlich krasser aus als andere. Ich habe Erfolg mit Frauen gehabt. Da hatte ich nicht mal genug Geld, um mir ein Airbnb zu leisten, als ich irgendwo zu Besuch war. Das heißt, ich musste dann bei den Frauen übernachten. Ich habe einfach darauf vertraut, dass ich eine Frau kennenlernen werde. Und dann habe ich sie kennengelernt und habe dann bei ihr geschlafen. Woher habe ich mein Selbstvertrauen? Wieso haben manche Selbstvertrauen und andere nicht? Ich kann dir die Antwort geben und die ist eigentlich verdammt leicht. Es ist leicht zu verstehen, es ist aber nicht leicht, immer umzusetzen. Weißt du, deswegen sagen wir immer Vertrau auf den Prozess. Warum vertrauen wir auf den Prozess? Das hat viele Gründe. Zum einen wissen wir anhand von zahlreichen Beispielen, wie den ganzen Männern hier hinter mir, die du siehst, unsere Teilnehmer oder die ganzen Storys der Teilnehmer, die du auf unseren Erfahrungsseiten sehen kannst. Mittlerweile über 500 Erfahrungsberichte. Wir wissen, dass es funktioniert. Aber was funktioniert denn? Woher nehme ich dieses Selbstvertrauen? Und Selbstvertrauen ist die Basis dafür, dass es überhaupt irgendwie klappt mit Frauen. Ist ja klar. Wenn du zweifelst, dass es funktionieren wird, dann wird nichts funktionieren. Also die Basis für dieses Selbstvertrauen, die liegt, so simpel das auch einfach klingt, in der Formulierung, sich selber vertrauen. Wenn du jemandem dein Wort gibst, dann hältst du es. Punkt. Daraus entspringt Selbstvertrauen. Es gibt kleine Lügen, die wir jeden Tag irgendwie machen. Du bist am Arbeitsplatz und jemand fragt dich, ob du noch irgendwie Kapazitäten hast für irgendeine Arbeit. Und vielleicht könntest du noch was machen, aber du sagst dir so, du, ich bin ganz schön eingespannt. So, da war eine kleine Lüge. Jemand auf der Straße fragt nach Geld und du sagst, ich habe kein Kleingeld dabei, da war eine kleine Lüge. Aber du solltest wissen, dass mit jeder dieser Lügen ein kleines Stück Selbstvertrauen flöten geht. Und sowas baut sich über Jahre auf. Und das ist der Grund, wieso wir als Kinder, wo wir noch nicht so viele Aussagen getätigt haben im Leben und dass, wenn wir mit dieser kleinen jugendlichen Neugier zu tun haben, wenn ein Dreijähriges auf dich zukommt und uns dich einfach so fragt, wer bist du denn? Und dann sagst du, ja, ich bin der Max. Und das Kleine sagt, bist du nicht der Weihnachtsmann? Nee, aber du bist so dick wie der Weihnachtsmann. Also solche Sachen, ja, solche kleinen süßen Momente. Diese Kinder sind noch ehrlich. Und deswegen haben sie dieses Selbstvertrauen. Weil sie einfach machen und weil alles, was sie sagen, das ist so, wie sie es in dem Moment wirklich spüren. Das Lügen kommt dann mit der Zeit. Natürlich, auch Kinder fangen an, irgendwann zu realisieren, oh, ich kann lügen. Aber was wäre, wenn das der Anfang ist von einer lebenslangen Reise, die sie Stück für Stück weniger selbstbewusst macht? Wo wir das auch sehen können, wie wir dann in der Grundschule irgendwann mehr und mehr Angst bekommen. Und dann, wenn wir jugendlich sind, wir noch mehr Angst haben, uns mit dem anderen Geschlecht irgendwie zu verständigen, mal auf ein Date zu gehen, überhaupt unsere Bedürfnisse zu äußern, dann werden wir verletzt. Und wir gehen in die Arbeitswelt und es geht immer weiter und immer weiter. Und mit jedem weiteren Jahr verlieren wir ein Stück von diesem Selbstvertrauen, was wir ursprünglich mal hatten. Deswegen sage ich, so einfach ist die Sache. Warum habe ich so viel Selbstvertrauen? Weil mir Ehrlichkeit einfach ein verdammt wichtiger Wert ist. Und ich bin nicht perfekt. Ich sage nicht, dass ich immer die Wahrheit sage. Aber es ist mir so wichtig, weil ich weiß, wie es mich nach oben katapultieren kann und ich weiß, wie es mich nach unten ziehen kann, wenn dieser Wert nicht an erster oder an einer wichtigen primären Stelle steht. Ich weiß, wie diese kleinen Lügen aufeinander aufbauen und wie sie dich einfach leer saugen. Und ich sehe es bei Männern, die fremdgehen. Ich sehe es bei Männern, die in der Freundschaft nicht ehrlich mit ihren Bedürfnissen sind, die auch in einer Beziehung nicht ehrlich mit ihren eigenen Bedürfnissen sind, sich selber hinten dran stellen und der Frau dann einfach sagen, ja, okay, gut, du hast ja recht, obwohl sie eigentlich gerne etwas sagen wollen würden. Und dann wollen sie einfach, ja, dann ziehen sie halt den Kürzeren, weil, ja, mein Gott, das über eine lange Zeit hinweg, diese Unehrlichkeit mit dir selber und mit anderen, da ist es kein Wunder, dass Männer aus Beziehungen rauskommen, als gebrochene Männer, und dann kommen sie zu uns in die Charisma-Analyse und sagen, hey, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Ich war zwölf Jahre lang zusammen mit einer Frau und wir haben uns getrennt vor einem Jahr und jetzt fange ich gerade wieder neu an. Die Ehrlichkeit, die du von der ersten Sekunde an einer Frau entgegenbringst, über Jahre hinweg als Gewohnheit, die zeigt sich in deinem Selbstvertrauen. Und deswegen, deswegen funktioniert diese Formel, Verehrung plus Unabhängigkeit ist gleich Anziehung. Weil wenn du unabhängig bist, dann ist dir das Resultat egal. Und dann kannst du hundertprozentig ehrlich sein. Dann kannst du dieser Frau wirklich in die Augen schauen und sagen, ich habe heute noch niemanden gesehen, der wirklich so wunderschön war wie du. Das muss ich dir einfach nur sagen. Und dann geht sie weiter und sagt, Dankeschön und läuft noch ein paar Meter. Dann hatte ich in Florenz eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Mal wieder. Wir hatten die Aufgabe den Männern gegeben, dass sie, als kleines Detail, gebe ich dir das nur kurz mit, dass sie zum Beispiel auch einem Pärchen mal ein Kompliment machen sollen. Und ich habe ein Pärchen gesehen und bin hingegangen und habe ihnen gesagt, ihr zwei, ihr seht einfach nur mega toll aus zusammen. Ich muss das euch einfach nur sagen. Wirklich, ich weiß nicht, ob ihr gerade frisch verliebt seid oder ob, keine Ahnung, wie lange ihr zusammen seid, aber mega, mega toll. Wollte ich euch nur mal sagen. Und die beiden haben sich so gefreut. Es gibt eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Frau freut sich übermäßig oder beide freuen sich übermäßig. Wenn die Frau sich übermäßig freut, dann ist der Kerl meistens verwirrt, aber in jedem Fall hast du da direkt eine Kumpanin und sie ist total auf deiner Seite und findet das mega klasse. Aber meistens freuen sich beide. Beide sind total außer sich vor Freude und strahlen einfach nur und strahlen und strahlen. Da hatten wir mehrere dieser Situationen. Das eine Pärchen stand da und hat sich gerade geküsst und dann bin ich hingegangen. Und die haben minutenlang mit mir geredet, haben mir beide die Hand gegeben, beide die Hand geschüttelt. Dankeschön, Dankeschön. Haben mich gefragt, was glaubst du denn, wie lange wir zusammen sind? Und das andere Pärchen, das stand an der Kirche gelehnt und da bin ich auch hingegangen, habe dasselbe gesagt und dann haben sie gesagt, nein, 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 das stört überhaupt nicht. Vielen, vielen Dank. Und dann bin ich weitergegangen und haben sie noch mal zu mir gewunken und gesagt, danke. Haben sie noch mal das Gespräch begonnen und gesagt, wir sind gerade erst angekommen. Und dann bin ich noch mal zu ihnen hingegangen, ach, was habt ihr schon gesehen von Florenz? Und habe dann das Gespräch weitergeführt und habe ihnen gesagt, ihr müsst unbedingt auf dem Pizzale Michelangelo. Da ist es bald Sonnenuntergang. Das solltet ihr sehen. Als Pärchen, das ist der romantische Spot überhaupt. Ab geht's. Dann hat sie das nachgeschaut, wirklich. Dann hat sie auf Google Maps geschaut, oh mein Gott, das sieht ja wunderschön aus. Und ich so, ja, auf geht's. Dauert etwa eine halbe Stunde von hier. Okay, komm, das machen wir. Dann haben sie sich bedankt und sind auch wieder gegangen. Das sind die Momente, die dir Selbstvertrauen geben, weil du gar nicht anders kannst, als komplett ehrlich und unabhängig zu sein. Ich will ja nichts von der Frau. Die sind ja buchstäblich gerade beide glücklich miteinander. Ich habe da als drittes Rat am Wagen nichts zu suchen. Ich will mich nicht in die Beziehung einmischen und sagen, hey, jetzt magst du mich auch, Mädel? Oder dann versuchen, irgendwie den Kerl auszuloten oder so einen Schwachsinn. Nein, offensichtlich ist das einfach nur eine Wertschätzung von etwas Wunderschönem, was ich toll finde und für mich selber auch wünsche. Nämlich eine glückliche Beziehung. Das ist doch das, was wir wollen. Dann müssen wir es auch aussprechen können, wenn wir das sehen und toll finden. Richtig mutigen unter euch, dann gebe ich euch das mal mit. Gib doch mal einem Pärchen ein wunderschönes Kompliment, das du siehst. Wenn du denkst, dass sie wirklich toll, hübsch zusammen sind, nicht einfach nur irgendein Pärchen, sondern wenn du denkst, wow, die sehen echt so aus wie die Beziehung, die ich gerne führen möchte, dann sag ihnen das doch mal. Das macht was mit dir. Du bist ehrlich und du bist mega unabhängig. Mit derselben Intensität deiner Worte. Wenn du dann auf eine Frau zugehst und ihr dasselbe sagst, diese Momente sind einfach nicht vergleichbar. Wenn Frauen mit einem Schutzschild durch die Straßen laufen, dann liegt das daran, dass die allermeisten Männer, 99,9 Prozent, jedes Mal, wenn sie mit ihnen das Gespräch beginnt, eigentlich etwas wollen, eigentlich etwas im Schilde führen, eigentlich eine versteckte Agenda haben. Die sagen ihr vielleicht, oh, du siehst wunderschön aus oder hey, tolle Haare oder kann ich dich kurz mal was fragen und dann geht sie weiter, weil sie weiß, der will irgendwas von mir. Und der Kerl läuft dann noch mal ein paar Meter nebendran. Hey, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Und sie merkt das. Frauen sind doch nicht bescheuert. Sie merken das. Sie merken, dass der Kerl eine versteckte Agenda hat. Und zu erleben, wie es die Software, diese Programmierung des Schutzschildes einfach komplett Syntax-Error verwirrt, wenn du einer Frau so ein wunderschönes Kompliment gibst, aber nichts willst und wirklich dann einfach dasteht und sagt, du, sorry, das hatte ich in Florenz ebenfalls. Das ist so schön. Eine Frau lief vorbei. Ich kam ja vor zwei Wochen zurück aus Florenz. Eine Frau lief vorbei und sah einfach bildhübsch aus. Die Italienerinnen wissen auch, wie sie sich kleiden. Und ich habe sie auf Englisch gesagt, excuse me, you look absolutely gorgeous. I just had to tell you that. Du siehst absolut umwerfend aus. Ich musste dir das einfach nur sagen. Und das ist so toll, weil sie lief weiter mit diesem, ja, dankeschön, mit dem Blick, so ein halbers aus dem Augenwinkel, nochmal geguckt, ein paar Meter weitergegangen und ich bin eben nicht ihr hinterher, sondern ich habe einfach nur da gestanden, Hände in den Hosentaschen, genickt und diese Schönheit einfach nur geschätzt, die gerade an mir vorbeigelaufen ist. Und sie ist weitergelaufen und war verwirrt und dann, weil sie gemerkt hat, dass ich ihr nicht hinterhergehe, ist dann irgendwann stehen geblieben, hat sich umgedreht und hat dann mich gefragt, is that it? Also, ist das alles? Quasi total verwirrt, dass ich ihr nicht hinterhergerannt bin. Und dann habe ich gesagt, yeah, that's it. Just wanted to tell you. Und dann hat sie angefangen zu strahlen. Dann kam ein, wow, danke. Und dann hat sie mir und dem Kevin, der neben mir stand, einen Kussmund zugeworfen und gesagt, danke, ihr seht auch total toll aus. Und das war's. Ich bin ihr nicht hinterher, weil das reicht für mich. Das war für mich in diesem Moment, das hat mir so viel gegeben. Das gibt dir Selbstvertrauen. Am selben Tag habe ich noch eine andere Frau kennengelernt, bin spontan mit ihr spazieren gegangen, habe ihr die Stadt gezeigt, hatte ein kleines, spontanes Date. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich von Anfang an an diese, ja, ich muss unbedingt, ich muss jemanden erobern, ich muss irgendwas erreichen, hoffentlich wird sie mir keinen Korb geben und oh Gott, und was ist mit meinem Gesicht, ich darf mein Gesicht nicht verlieren, das wird doch peinlich, wenn ich das irgendwie vor anderen Leuten mache und, 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 geh mir doch fort mit diesen ganzen Ängsten. Wenn du weißt, wenn du weißt, hundertprozentig in jeder Phase deines Körpers spürst, dass du ein Geschenk für andere bist, dann hast du keine Angst, auf eine Frau zuzugehen, mein Lieber. Aber das kannst du dir nicht einreden, das kannst du dir nicht irgendwie in den Kopf wünschen, das musst du dir selber beweisen, indem du es zeigst, indem du ein Geschenk bist für andere, ohne etwas zurückzuverlangen, indem du zum Beispiel einfach mal ein Pärchen dieses Kompliment gibst oder einer Frau oder einem Mann. da hast du ja erst recht nichts zu verlieren und nichts zu bekommen. Also beweis es dir doch mal selber. Und, so verrückt das auch klingt, aber Selbstvertrauen ist nicht so viel mehr als das. Setz dir ein Ziel und dann gib alles dafür, ohne, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. Keiner muss dir irgendwas geben. Du bist jetzt schon gut genug, so wie du bist, aber wenn du immer wieder dich selber belügst, dann wirst du dich nicht gut genug fühlen. Also fang an, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und wenn du jemanden magst, dann darfst du das auch sagen. Und wenn du eine Frau auf dem Date püssen möchtest, dann darfst du das ebenfalls sagen. Oder wenn du ihre Hand nehmen willst, dann darfst du das ebenfalls sagen. Mega schöne Geschichten sind dort passiert. Übrigens, wir haben den Rekord mal wiederhalten können bei Date Night, an dem Abend, wo ich sage, Jungs, in etwa 90 Minuten oder in etwa 120 Minuten ist Sonnenuntergang. Da treffen wir uns alle auf der Aussichtsplattform Piazzale Michelangelo. Da werdet ihr alle da oben ein Date haben. In der ersten Gruppe zehn Teilnehmer, in der zweiten Gruppe vier Teilnehmer. Jedes Mal, jeder einzelne Teilnehmer, zehn Männer hatten da oben ein Date bei Sonnenuntergang. In der nächsten Gruppe vier Männer hatten da oben ein Date bei Sonnenuntergang. Alle vier. Alle. Jeder einzelne Teilnehmer hatte da oben ein Date. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil sich Dinge aufeinander aufbauen. Wenn du weißt, was nötig ist, um in diese Freiheit reinzukommen, um in diese Unabhängigkeit, in diese Lockerheit, in diese Leichtigkeit, diese Verehrung, dieses Strahlen für die Schönheit und für den Glanz, den Frauen jeden Tag zu Tage bringen und einfach nur der Mann zu sein, der das Ganze liebt, ohne Hintergedanken zu haben, dann kommt da einfach ein Ball ins Rollen. Da kommt einfach ein Ball ins Rollen, der unverkennbar ist. Das ist mega schön. Geschichten wie der Mike. Ich erzähle es dir. Da ist eine Frau uns entgegengekommen und Mike hat am Anfang des Jahres noch, ich habe die Geschichte vielleicht schon mal erzählt, es war im Februar, März oder so, als er im Supermarkt mit zwei Frauen zum ersten Mal in seinem Leben angefangen hat zu shakern. Einfach nur, er hat irgendwie nach Obst gefragt oder nach Gemüse gefragt, wo ist denn hier, wo finde ich denn die Zucchini oder sowas und dann haben die das ihm gesagt und dann hat er irgendeinen Scherz gemacht, sowas wie, vielleicht solltet ihr zwei für mich kochen, dann muss ich nicht nach dem Zucchini suchen und dann haben die gelacht und haben irgendwas Tolles zurückgeantwortet, irgendeinen flirtigen Spruch zurückgeantwortet und er fand das total klasse. Also das waren zwei Frauen mittleren Alters, er ist Anfang 30, aber er fand das total toll, und er so, wow, er hat so gestrahlt, als er diese Geschichte damals erzählt hat, im März oder April oder Februar, hat er erzählt, wie die gestrahlt haben und er so, ich hätte nie gedacht, dass ich das erschaffen kann, dass Leute so positiv reagieren auf mich. So, derselbe Mann, du musst dir denken, was für eine Entwicklung das ist, derselbe Mann hat in Florenz Frau da vorne gesehen, ich habe sie gesehen und ich habe ihm gesagt, komm, auf geht's, geh zu ihr hin, sprich sie an, sie kam gerade zu uns. Dann ist er hingekrannt, hat mit ihr geredet, ich habe das von ihr gesehen und nach einer Minute oder so, dreht sie sich um und sie gehen beide in die andere Richtung. Okay, perfekt, super, da wusste ich schon mal, okay, sie gehen beide jetzt in Richtung Piazzale, da, wo der Sonnenuntergang sein wird. Okay, perfekt, so, die laufen da entlang. Ich habe mich um die anderen Teilnehmer gekümmert und bin dann ab und zu dann bei denen wieder vorbeigeschaut, habe mit denen geredet, ich habe es dann später erfahren von den anderen und von ihm, habe auch ein Foto dazu gesehen, wie er dann ihre Hand genommen hat beim Spazierengehen. Und dann sind sie weiter hoch und ganz oben dann bei Sonnenuntergang, wo die sich dann hingesetzt haben, hat er sie dann geküsst. Und sie war für die nächsten Tage seine Freundin, deine kleine Freundin. Für dieses Kapitel seines Lebens waren die beide einfach unzertrennlich. Die waren wirklich unzertrennlich. Es gab mehrere Programmpunkte, wo ich ihn gerne dabei gehabt hätte, aber er war halt bei ihr. Und dann hat er auch die Nacht bei ihr verbracht und dann am letzten Abend bei der Hausparty ebenfalls die Nacht bei ihr verbracht. Und so was ist einfach nicht unmöglich. Davon hatten wir viele, viele Storys. Giacomo und Tobias. Zwei Männer, die dort oben auf dem Piazzale dann zwei Mädels kennengelernt haben und dann den Rest des Abends mit ihnen verbracht haben. Wir sind noch woanders hingegangen, wir haben noch irgendwo Abend gegessen, die beiden sind mit den Mädels weggegangen, haben den Mädels Abend gegessen, haben noch drei, vier Stunden mit denen verbracht und haben sich dann zum Schluss wirklich innig umarmt, so innig umarmt, dass, ja, da sind irgendwie 20 Sekunden verbrangen, 20 Sekunden vergangen und die hingen einfach in den Arm. Ja, der mit der anderen und der mit der einen. Sebastian, der auf der Hausparty auf mich zugerannt kam und gesagt hat, es ist endlich passiert, Andi, es ist endlich passiert. Ich so, was denn? Und er so, ich hatte meinen ersten Kuss. Auch Anfang, Mitte 30 hat er seinen ersten Kuss gehabt mit der Frau, die er da oben auf diesem Aussichtspunkt kennengelernt hat. Dort hatte er das Date mit ihr, dann hat er sie eingeladen zur Party, er kam zur Party, die Party, die wir geschmissen haben und dann hat er sie dort geküsst. Solche Geschichten und danach sind sie noch spazieren gegangen, haben den ganzen Weg über immer wieder sich geküsst. solche Geschichten sind machbar. Also Romantik ist definitiv am Leben, wenn du sie zum Leben erwächst. Du bist der Schreiber dieser Geschichte, mein Lieber. Niemand anderes, niemand anderes kann so eine Geschichte schreiben außer dir, denn du weißt, dass es möglich ist. Du weißt, dass es möglich ist. Du siehst es anhand dieser zahlreichen Männer, die das geschafft haben. Und das sind nicht nur meine Storys, hier sind die Fotos. Geh auf unsere Seite, geh auf die Playlist-Seite, hier auf diesem Kanal und schau dir dort, also auf YouTube, und schau dir dort die Erfahrungsberichte an. Hör dir die Storys an. Ja? Es ist für dich genauso möglich. 100 Prozent. Wenn ich in all den Jahren, jedes Mal, wo ich gesagt habe, bei Sonnenuntergang werdet ihr alle da oben sein und ein Date haben und jedes Mal hatte jeder Teilnehmer da oben dann auch ein Date, also dann kannst du mir nicht kommen und sagen, ja, ich werde dir eine Ausnahme sein. Nein, bist du nicht. Bist du einfach nicht. Und nein, wir haben nicht nur Männer bei uns im Coaching, die sowieso schon alles läuft. Nein, wir hatten Männer im Coaching, in diesem Coaching auch wieder, dort wieder bei Verlieben in Florenz, die Jungfrau waren, die einfach noch nie mit einer Frau geschlafen haben, geschweige denn, sie geküsst haben. Sebastian, wie gesagt, hatte dort seinen ersten Kuss. Ja? Der Mike hat seit acht oder zehn Jahren nicht mit einer Frau geschlafen. Das sind Geschichten von Männern wie du und ich, teilweise sogar Männern, denen es noch viel dreckiger geht als dir. Also glaub mir, das ist nichts Unmögliches. diese Filme wie Vicky Cristina Barcelona oder die Before Sunset Trilogie, wo ein Mann einfach so zu einer Frau hingeht und sie Restaurant anspricht oder im Zug anspricht und er sie einlädt, mit ihm auf ein Date zu gehen, spontan den Zug zu verlassen oder das Restaurant zu verlassen, mit ihm ein Wochenende zu verbringen, mit ihm durch die Stadt zu spazieren. Das sind wunderschöne Filme. Und ja, es sind Hollywood-Filme, aber sie sind nicht unrealistisch. Im Gegenteil. Das sind die Storys, die du erleben kannst. Ich kann es dir nicht beweisen. Ich kann es dir nur zeigen. Aber den Schritt musst du selber gehen. Du musst wirklich den Schritt selber gehen und sagen, ich bin es mir wert, ich möchte es lernen. Und dann kannst du es auch lernen. Dann ist es auch machbar. Wir machen es jeden Tag. Komm in die Charisma-Analyse. Das ist das kostenlose Gespräch, in dem wir dir den Leitfaden geben, wie wir mit dir, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Flirt-Potenzial, mit deinem Flirt-Typ, weil jeder Mann ist anders. Und ob du jetzt schüchtern bist, introvertiert oder lustig, aber du kriegst es einfach nicht hin, das Ganze in die sexuelle Richtung zu lenken oder du landest immer wieder in der Freundschaftsschublade oder, oder, oder. Ja, du bist zielstrebig, du kriegst immer, was du möchtest, aber bei den Frauen, da kriegst du einfach nicht die Frauen, wo du wirklich Interesse hast. Das ist alles eine Frage des Ansatzes und wir machen es jetzt schon so lange, wir kennen jeden verdammten Typen. Wir wissen auch, welcher Ansatz funktioniert und welcher nicht ist und womit du Zeit verschwendest und womit du sehr schnell vielleicht deinen Erfolg haben wirst. Unser Coaching ist aber, und da muss ich dir ebenfalls ganz ehrlich sagen, ist nun mal keine, hier keine Wunderpille, wo wir dir ein, zwei Sachen geben oder einen Videokurs und damit ist es getan, sondern das erfordert Coaching. Selbst in unserem Einsteigerprogramm, selbst bei den Flirt-Spezialisten gibt es ein wöchentliches Coaching und das geht eben über mehrere Monate. Und in der Flirt-Masterclass, da geht das über drei Monate und es ist sehr intensiv. Ich sage dazu auch immer, da musst du wirklich dich dazu entscheiden, dass du dich jetzt verändern möchtest. Schritt für Schritt. Ja, das Ganze erfordert nicht, dass du jetzt dich von heute auf morgen alles verändern brauchst und irgendwie dir da diesen riesen Druck machst. Und dass du denkst, naja, bevor ich mich an die Frauen wage, muss ich erst mal mein Selbstvertrauen aufarbeiten. Das ist klar. Ja, deswegen sage ich ja, wir können mit jedem Typ Mann zusammenarbeiten, solange sein Herz am rechten Fleck ist. Ich arbeite nicht mit Frauenhassern zusammen. Das sollte dir aber mittlerweile klar sein. Und so viele Männer melden sich auch nicht bei uns, weil die Message ist mittlerweile angekommen. Aber solange dein Herz am rechten Fleck ist und du sagst, ja, ich möchte an meinem Selbstvertrauen arbeiten, ich weiß aber noch nicht, ob ich bereit bin für Frauen, damit können wir arbeiten. 100 Prozent. Aber es macht keinen Sinn, wie ein Einsiedlerkrebs, wie ein Eremit, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Berge und ich werde jetzt erst mal zehn Jahre lang meditieren. Ja, danach wirst du wahrscheinlich sehr Zen sein, also sehr in deiner Mitte ruhen und zufrieden mit dir selber sein. Auf dem Berg. Aber sobald du dann wieder in die Stadt gehst und dann bist du wieder, stehst du vor einer Frau oder die Frau schaut dir in die Augen und sagt, ja, was jetzt? Ob du es dann schaffst, sie zu küssen? Ob du es dann schaffst, mit dir zu flirten? Ihre Hand zu nehmen? Nee. Dann haben dir die Jahre an Meditation und an Selbstbewusstseinsarbeit, an innerer Arbeit nichts gebracht. Ja, das Ganze geht Hand in Hand. Wir arbeiten an uns, an unserem Selbstbewusstsein und wir arbeiten in der echten Welt, an unserem Charisma. Sodass das auch, was du an dir selber verbessern möchtest, auch ankommt, dass das Ganze auch getestet wird und dass du Resultate siehst, dass du Erfolge erlebst, denn anders sind wir nicht motiviert, weiterzumachen. Das ist ganz menschlich. Wir müssen kleine Erfolge sehen, Stück für Stück, entlang des Weges. Das motiviert uns, weiterzumachen. Kleine Erfolge. So, natürlich solltest du entlang dieser Reise dann auch die Dankbarkeit haben für diese Erfolge. So, das ist aber auch Mindset-Sache, dass du in die Dankbarkeit reingehst für die kleinen Dinge, die geschehen sind, wie zum Beispiel für den ersten Kuss. Sebastian ist ultra dankbar für diese Erfahrung. Da wird es nicht mehr lang dauern bei ihm mit seinem ersten Mal. Das wird nicht mehr lang dauern. Wenn du sagst, ich möchte das angehen, dann kommst du uns in die kostenlose Flirt-Tipp- und Charisma-Analyse. Sprich mit uns. www.flirtanalyse.de Alles zusammengeschrieben. Und dann reden wir miteinander und schauen, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und ob wir dir dabei helfen können. Und wenn wir das können, dann geben wir dir den Leitfaden dazu. Ganz einfach. Wenn wir miteinander arbeiten, dann wird das sehr intensiv. Aber auch verdammt viel Spaß machen. Und ein richtig schönes Abenteuer. Wo du entlang dieser Reise jeden Tag ein kleines bisschen mehr deine Geschichte so schreibst, dass du dir am Abend in den Spiegel gucken kannst und stolz auf dich bist. Und das ist das Schönste an meinem Job. Ist zu sehen, wie die Männer lächelnd von ihren Storys berichten. So klein oder so groß, wie sie auch sind. Ob du einen kurzen Flirt mit zwei Frauen mittleren Alters an der Kasse hattest, wo es um Gemüse ging oder weil du gerade zum ersten Mal seit zehn Jahren mit einer Frau geschlafen hast und sie vor vier Stunden erst kennengelernt hast und jetzt ihr zwei das Wochenende miteinander verbringt. Alles drin. Alles drin. Romantik ist nicht tot. Die Prämisse ist, schreib eine schöne Geschichte. So lebt Romantik. Romantik ist keine Folge von unseren inneren Wünschen. Es ist keine Hollywood-Geschichte. Es ist keine Lüge. Sie ist so real, wie du sie real machst. Die Basis dafür ist Vertrauen. Vertrauen auf den Prozess und vertrauen in dich selber. Aber dazu solltest du wirklich anfangen, dir selber und allen Menschen, denen du begegnest, wirklich ehrlich gegenüber aufzutreten. Mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Grenzen. Nein zu sagen, wenn du etwas nicht magst, wenn dir etwas nicht gefällt. Grenzen aufzuzeigen, ganz klar. Und wenn dir das noch schwerfällt, wie gesagt, das ist Teil der Reise. Das ändert sich nicht von einem Tag auf den anderen. Deswegen geht Coaching drei Monate mindestens. Ja, mindestens. Wir haben auch ein Coaching-Programm, das geht sechs Monate. Aber das baut alles aufeinander auf. Je nachdem, ob du in deiner Vergangenheit schon manche Sachen per Zufall oder weil du sie, weil du auch wusstest, dass das Richtige ist, nun mal schon mal richtig gemacht hast. Dann hast du da schon mal eine Erfahrung, auf der du aufbauen kannst. Andere haben vielleicht an anderer Stelle eine Erfahrung, auf der das Ganze aufbaut. Aber egal, wie viel du schon erlebt hast oder nicht erlebt hast, ob du immer noch mit 30, 35, 40 Jungfrau bist oder nicht. Irgendwo musst du halt anfangen. Und das Tolle ist, du hast noch Zeit. Denn die nächsten zehn Jahre werden sowieso vergehen. Ob du jetzt zu Hause bleibst und sagst, naja, bis hierher war es blöd, dann wird es auch weiterhin blöd sein. Okay, dann wird es auch so sein. Aber wenn du sagst, bis hierher war es blöd, ich will nicht mehr, dass es weiter so geht. Ich will jetzt ein wunderschönes neues Kapitel schreiben, dann wird es auch so sein. Kannst du jetzt ein wunderschönes neues Kapitel schreiben. Es liegt alles in der Fähigkeit zu sagen, was ist für mich ein Leben, das für mich eine schöne Geschichte darstellt. Wenn ich irgendwann mal diesen Planeten verlasse und ich liege da auf dem Sterbebett und alle meine Freunde und Verwandten, die noch da sind, sind um mich herum und halten mir die Hand und wollen mir auf Wiedersehen sagen, wenn ich in dem Moment lächelnd die Augen schließen kann, weil ich weiß, ich kann stolz auf die Storys sein, die ich geschrieben habe. Jede einzelne hier. Dann wird es ein gutes Leben sein. Das Buch meines Lebens wird gefüllt sein mit solcher Geschichten, wo ich es gerne nochmal aufblättere und diese Geschichten nochmal lese, anderen vielleicht davon erzähle, aber vor allem für mich selber einfach weiß, dass es ein Teil ist von mir, der der so schön ist, dass ich gerne darauf zurückblicke. Egal, wie kurz oder lang die Beziehungen mit Frauen waren, egal, wie kurz oder lang die Freundschaften mit Männern waren, die Schönheit in der Geschichte, die schreibst du damit, indem du weißt, wo der Anfang ist und wo dein Handeln gefragt ist, wie bei dem allerersten Hallo einer Fremden, die du jetzt gerade zum ersten Mal siehst und wenn du weißt, wie du das Ende schreiben möchtest, wenn du weißt, wie du das Ende schreiben möchtest, dann kannst du den gesamten Weg dahin schön gestalten und das Ende wollen wir nicht mit mit einem lapidaren, naja, wir ghosten uns gegenseitig oder sowas werden, sondern mit einer schönen Note. Mich hat eine Frau geghostet, erst vor kurzem. Was habe ich gemacht? Ich habe mich nicht im Internet beschwert, ich habe nicht gesagt, wie doof Frauen sind. Ich habe ihr eine Nachricht geschrieben und mich dafür bedankt, für das schöne Date, das wir hatten und ich habe ihr alles Gute gewünscht für die Zukunft und dass ich echt glücklich bin, dass ich sie kennengelernt habe und dass ich hoffe, dass sie noch ein sehr schönes Leben führen wird und habe mich bedankt. Danke, das war mein letztes Wort. Das ist alles. Das ist ein schönes Ende für mich. Ich verspüre das nicht als ghosten. Ich verspüre das als, ich habe mein Bestes getan, dass das Ganze ein schönes Ende hat. Und so werde ich mich auch daran erinnern. Du hast nicht 100% Kontrolle über diese Situation, aber du hast 100% an deiner Verantwortung zu tragen, dass du daraus eine schöne Geschichte schreiben möchtest. Und da kannst du die Verantwortung nicht abgeben. Da kannst du nicht sagen, ja, aber sie wollte das nicht. Nee. Was sie wollte, das wissen wir gar nicht. Da können wir auch nicht Gedanken lesen. Wir wissen nicht, warum sie getan hat, was sie getan hat. Selbst wenn sie es sagt, wissen wir nicht, welche Programmierungen da im Kopf vonstatten gegangen sind und welche Muster, welche Traumata da vielleicht getriggert wurden. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Was wir wissen, ist, was in unserer Verantwortung liegt. Und das ist ganz klar, dass wir eine schöne Geschichte schreiben wollen, dass wir ein Leben leben wollen, was sich schön liest, wenn wir das später irgendwann mal anschauen in unserem Buch des Lebens. Und dazu können wir nur einen schönen Anfang und ein schönes Ende. schreiben. Der Weg dazwischen, da vertrauen wir auf den Prozess. Das ist das Tolle am Vertrauen, Männer. Jede Begegnung fängt an beim Entdecken. Und der nächste Schritt, das nächste Kapitel, wenn es romantisch und schön sein darf, dann haben wir das, was wir entdeckt haben und so toll finden, auch zu verehren. Wenn du auf Spielchen setzt, die du im Internet gelesen hast und ja, ich will auch nicht bedürftig wirken und deswegen habe ich ihr dann nicht mehr geschrieben und ja, was soll ich jetzt machen, dann hast du es einfach nicht geschnallt. Dann hast du es einfach nicht geschnallt. Dann lebst du in Angst und sie spürt das. Wenn du radikal drauf scheißt, was andere über dich denken, wenn du ehrlich mit deinen Bedürfnissen bist und unabhängig, dann bist du sowohl attraktiver als auch glücklicher. Also schreib doch einfach dieser Frau. Sie meldet sich nicht, okay, dann schreib ihr doch einfach. So what? Und wenn sie dann denkt, du rennst ihr hinterher, dann ist sie die falsche. So, das gesagt, das ist keine Allerweltslösung, weil wenn du einer Frau ständig schreibst und du hast ihr jetzt schon zehn Nachrichten geschrieben und du lässt ihr gar nicht Luft zum Atmen, siehst du, deswegen sage ich, deswegen Kommunikarismanalyse, weil wir müssen uns deinen individuellen Fall anschauen. Wenn du ihr keine Luft zum Atmen gibst und sie kann gar nicht antworten, dann fühlt sie sich einfach nur von dir in die Ecke gedrängt und dann ist es nicht ihre Schuld. Dann ist es dein Verhalten, das sie weggestoßen hat und das ist auch nicht deine Schuld, weil du es einfach noch nicht besser gelernt hast. So, deswegen gibt es Coaches, deswegen gibt es Dinge, die du lernen kannst und einen Leitfaden, an dem du dich halten kannst. Ganz einfach, auch das Schreiben darf gelernt sein, auch das Flirten darf gelernt sein. Ja, das Ganze ist nun mal eine Dynamik aus. Hier ist, was ich möchte, hier sind meine Bedürfnisse, die äußere ich und dann gebe ich ihr den Raum, darauf zu reagieren. Der Ball liegt bei ihr. Wenn ich immer wieder, neu, wie beim Tennis, immer wieder neue Bälle serviere, immer wieder, immer wieder, dann kann sie doch gar nicht auf die Bälle reagieren, dann sagt sie, was ist das denn jetzt, ich gehe vom Feld. So, serviere einen Ball, mach den mit Schönheit und Grazie und Dankbarkeit, sag, ich finde dich mega toll, ich würde dich gerne wiedersehen. Boom, Tennisball ist bei ihr. Wenn sie den jetzt nicht annimmt, okay, dann ist das in Ordnung. Du hast getan, woran du glaubst. Aber wenn du es gar nicht erst versuchst, weil du irgendwie denkst, oh, ich möchte nicht bedürftig wirken, was soll ich jetzt machen? Ich werde nur irgendwie den Tennisball so ein bisschen dahin halten und dann wieder fallen lassen und wieder einstecken und nicht wirklich zu ihr werfen und blablabla, dann kann nichts passieren. Ja, es ist einfach nichts Heißes und nichts, 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 wie heißt er? Oh mein, jetzt bräuchte ich mal wieder, Dominik. Nichts Heißes und nichts Kaltes, nichts Halbes und nichts Ganzes. So, so, wir haben es. Ich brauche dich nicht, Dominik. Nein, Quatsch. Auch so hinbekommen. Nein. Ich möchte es bei der Note belassen. Ich glaube an dich und ich glaube auch, dass du das schaffst, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann komm zu uns in die Charisma-Analyse. Ja, das kriegen wir hin. Und wenn du mal ein paar wirklich inspirierende Storys sehen willst, dann, hey, das sage ich nicht, weil ich dir diese Videos oder die Erfahrungsberichte als Promotionsmaterial mitgeben möchte, weil ich gebe hier in den Podcasts sowieso genügend Promotion, was bei uns im Coaching abläuft. Nein. Schau dir diese Videos oder diese Liste, diese Berichte einfach mal durch, umzuerfahren, was möglich ist, da springt dir der Kopf vom Hals. das Leben schreibt manchmal verrücktere und schönere Geschichten als Hollywood selber. Barzid, Romantik ist auf gar keinen Fall tot. Romantik lebt mehr denn je, denn sie lebt in uns. Und wir können diese Storys mit Frauen schreiben. also schreib sie, mein Lieber. Und wie immer, fahr vorsichtig. Don't das Leben schreibt, es ist spannend. Bis zum nächsten Mal.